Es ist endlich soweit. Tja, nach einer mega langen Pause bin ich wieder da. Ich bin der Crazy Meat und wir spielen hier. Willkommen hier! Let's play Marka Double Dash. Nein, nicht Double Dash, Marka 8. Ja, 2. Anfang April. Heute ist das Spiel mit der X-Men. Und tja, was euch gerade für ein Fail war. Warum nicht? So, und wir haben ja auch an mir gestellt. Und die Münzen sind gezählt, ja. Hatte einfach einen Grund, ich habe das gerade aufgenommen. Ja, sieben Münzen. Hatte einfach einen Grund, ich wollte... Tja, was soll es? Tja. Wir fahren 100 Kilometer, wir fahren nochmal Mario. Ja, und fahren gleich die Komöte. Und wir fahren den Panzer Cup. Ja, wie Kumo war es denn? Marios bist du, zieht sich dran und haust Auto fahren. Los geht's! Boah, ja. Ich bin so heiß auf das Spiel. Es ist mal ein Fehler passiert mit eurem Verraten und zwar... Aber es ist nur Vergangenheit. Und zwar, ich habe den Pils Cup angefangen. Ich wollte mit dem Panzer Cup anfangen. Boah, boah. Aber tja, Vergangenheit. So, los geht's. Kumo weiter. So geht's nur Part 1. Here we go. Und wie gesagt, die Gegner sind jetzt hier wieder. Wo ist die Vora? Und wie gesagt, die Vora? Ja. Wie gesagt, die Vora? Ja. Die Vora? Ja, die Vora? Ja, die Vora? Ja. Die Vora? Ja. Die Vora? Ja. Und wir gehen mit klassischen Vora? Und die Vora? Ja. Und jede Niesse noch einfach nur... ohne ein Controller. und die Vora? Ja. Und die Vora? Ja. Es wird auch multiplayer Sessions geben, es wird auch online gehen, aber das wird im Markt auch online passieren. Ich habe ja schon gesagt, dass der Markt auch in Karten passiert. Ja, deswegen wird es da auch weitergehen, wenn im Markt auch in Mario Kart zu spielen. Wie sie in Play werden. Und ja, was ist denn mit Gegner heute los? Also, die Folge, die du aufgenommen hast, die du nicht merkst. Ja, da waren die Gegner nicht so schwer, egal. Es war nicht echt der Spiel, aber Leute, eigentlich sind wir gerade ruhig. Geh, so ruhig, ein Kugel mit ihm. Hey Leute, wo war's denn? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo gibt es auch mit Doppel-Items? Ja. Aus Marker Doppel-Dess. Wo ist das? Ja, Marker Doppel-Dess. Und wir sehen uns nicht. Bis zu wollen. Also, ihr könnt euch gerade die Statistik zeigen. Wie es aussieht und ja. Und ich hoffe, der erste Part existiert nicht. Ich wollte mit dem Panzer Cup anfangen. Diesen Cup seht ihr dann in der Anderen Folge. Ja, das wird glaube ich länger dauern, bis ich diesen Kapaz... Gerade die, wo in der... die nicht existierte Folge... Ja, die Folge existiert nicht. Die Folge, wovor man aufgenommen hat, die wird nicht existieren. Die sind einfach da. Da ist, ähm... Weil ich Fehler gemacht habe, ja... Ist... Ha-ha... Ich sehe, wir sehen auch eine Ausgabe rum. Das sagt immer nach Wunderfeld, dann sagt er... Nein, nein, nicht dahin. Ja, irgendwie... Ja, ein bisschen, ja... Ich habe den perfekten Mistbild. Also, man kann nicht wechseln zu den Items... Ja... 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 Und ich glaube, man hat immer alle Retro-Strecken. Ja, nach dem Retro-Strecken kommen dann die anderen Strecken dran. Ich wiederholt die hier, dass die Strecken steht. Ja. Und Dietz, was hat sie denn? Ja. Man muss so ein neues Faktieren reden. Man sieht da aus dem Schuh. Dann in Klinge. Auch die Klinge sind die dabei. Also von Klinge war auch im Markt der Sieg dabei. Und dann haben sie die Klinge. Ich denke, der sind so viele Werte. Ich finde, die Muener. Fasten. Ja. Und ja. Ah! Nein! Nein! Oh! A-Sla! Oh! 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 Ja, und die Farms sind nicht. Die neuen Charaktere sind ganz da. Ja, auch die Zoom. Die Zoom-Karaktere auch wieder mit an Bord. Ja, und boah! Das sind glaube ich die süßen Dicken überhaupt, aber das sind leichter. Oder eigentlich? Die Zoom-Karaktere sind heute erzielen. Und... Ein blauer Panther! Ja! Die Zoom-Karaktere sind ganz einfach. Ganz einfach. Ja... Die Zoom-Karaktere sind nicht so sehr... ... Das... Die Suppe nicht richtig gezeigt, oder? Ne? Ja... Ab und Banane! Die nächste Karte. Da geht auch noch der Karte. Und das wird nicht sehr... ... 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 Gerade ... ... ... ... ... wir haben angefangen, damit wir ein langes Einstuch haben, bei 100gb ist sozusagen die Herausforderung vom 105gb anfangen. Und ich habe den Panzersrank im Panzersrank Panzerkap und wir haben nun 30 eine geholt. So, du hast 30 Münzen gesammelt. Ein neuer Fahrzeugtreibung ist verfügbar. Cool. 30 Münzen gesammelt. So, wir sagen, ich beende auch schon mal diese Folge. Und in der kommenden Folge Komm, das ist nur Mario. Was bekomme ich? Den Crossbike! Also in der kommenden Folge machen wir dann weiter. mit dem dem Bananen. Also, wenn er dir gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da oben da. Und wir sehen uns dann in der kommenden Folge wieder mit dem Bananen Cup. Also, vor allem drauf. Also, wir sehen uns dann in der kommenden Folge von Marka Deluxe wieder. Also, bis dahin. Euer CrazySmeat! Dann, bis dahin. Ich bin da.